Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Forza Horizon 4 heute im Winterwunderland mit einem wunderschönen Cayenne Heute von meiner Seite aus Mit dabei heute ist der liebe Yoshi, der Justin, der Nofjens von Schoenracer, Shanshi, Alpine, Gecko, Chief Toretti, Christian, Rupp, dann Luca und Die Famshow Oh Gott, die sind die Racer, wollte ich gerade sagen, die fahren los Einen Porsche 997 und einen Porsche 2019 Wo? 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 Oben an der Bahnhof Nicht Bahnhof, sondern Stadt Oh Gott, kann jemand rauskicken, will In Richtung Autobahn runter Autobahn, gut, kann ich von rechts rum, von Richtung Autobahn Dann komme ich jetzt Richtung Knöllchenkreis Einer in der 997 in Red Bull blau und der andere in weiß-grau Dann müssten die schon nördlich Nördlicher Geisel dann rauskommen Ja, aber die können dann, Gott weiß, wohin fahren, die können Highlands fahren Ja, nee, du darfst Ja, äh, Stadt, ne? Ich bin von der Stadt aus gefahren, ne? Von der Stadt aus? Ja, von dem kleinen Stück, was du in der Stadt fahren darfst Da ist doch so, äh, so ein Ah, die Straßenbahn Straßenbahn, ja, danke Ja, ich bin davon ausgegangen, dass sie am Dings losgefahren sind Ne Ja, da kommt er mir entgegen Und zwar Highlands Highlands? Highlands Und zwar am ersten Blitzer vorbei Fährt jetzt Richtung, äh, diese Harry Potter Brücke Harry Potter Brücke, okay, ähm Am Namen selber vergessen Kommt von der Autobahn Ähm, Schöny, du musst angeben, ne? Können wir jetzt scheiße langsam Muss ich da groß was sagen, alle ist drauf da Und, ähm, ja, weil ich sie vergessen habe Beziehungsweise zu langsam war Ähm, Schöny ist heute unser Prezi Äh, wie ihr seht, ich mache Karrieren Mit dem lieben Alpin Alpin Jetzt, kurz vor der Brücke Kurz vor der Brücke Also seid ihr, kommt ihr hinten am Wasserloch raus, richtig? Ja Korrekt Dann würde ich mal kurz sagen Fahren wir alle schon mal Richtung WC-Haus Und, äh, fuck, 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 fuck Ich sehe ihn, in der Weiterfernung Na, soweit jetzt auch noch nicht Ah, nicht im Namen vergessen Omas Garten halt da oben Ja, Moin, 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 genau Oh, oh, nee, nicht Karrieren, bitte Danke So schnell fährt er gar nicht Aber das liegt von am Schnee Kann gut sein Dafür komme ich ja gleich Ja, wo ist ein Alpin, wo bist du denn? Äh, ich bin da gerade Äh, nee, der Strecke Möste jetzt am Wasserloch durch sein Okay, Wasserloch schon durch Ja Okay, siehst du, ob er dann VIP fährt, oder? Das sehe ich nicht, weil der ist jetzt gerade über der Kuppe drüber herweg Ja, ich komme VIP Also Brücke bin ich jetzt gerade drüber her Und fährt immer noch weiter durch Dann brauche ich mich Handvollmittels Ja Ich sehe jetzt aktuell nicht, wo er hinfährt Äh, Justin, sag mal, ob er VIP fährt, oder nicht Bis jetzt noch nicht Und wenn er die VIP nicht entgegenkommt, fährt er südlich runter Er ist doch VIP Er kommt VIP, okay Wo ist er, welche Höhe? Justin? Justin? Ja, er kam mir entgegen, ich weiß nicht Ich fährt halt VIP Ich habe nur noch nicht gesehen Ich bin jetzt bei VIP und habe nur noch nicht gesehen Das ist ja geradeaus Jetzt bei VIP, jetzt bei VIP, der Weißgraue Ja Das ist doch VIP, siehst du Ja, ich habe ihn frontal Ja, da fährt er da hinten Ja, ich sehe ihn mit Nice Äh, ich bleib links Ja Wir fahren jetzt Oh, oh, ganz eher gut So quergestreift, Weißgrau Wir fahren SS Ja SS durch Boah Alter, mein Karjena hat 50 Schaden geschluckt Der Kamara ist ja nicht schlimm Also einen Börder gebe ich ihm jetzt noch mit Und dann muss ich mich selber reparieren Nein Fährt er rechts oder geradeaus? Äh, wir sind jetzt an der Kreuzung und er fährt hoch Das bedeutet, er kommt bei den Upgrade Helden durch Boah Ich bin jetzt an der Kreuzung drin Ja Habe sich Kontakt auf die Verfolgung Fährt er geradeaus bitte Boah Der ist tot So, war der Gericht und Klingelstraße unterwegs oder was? Er fährt Autobahn Autobahn, okay Kannst du da heißen? Zumindest versuch das Ja, lenkt auch. Geil, das hat mir nicht mehr Schaden gemacht. Wo seid ihr? Wir sind jetzt oben Güterbahnhof. Jo. Äh, Güterbahnhofstraße heißt es auch. Ich versuche links in die Brücke. Ja, versuch's in die Brücke. Äh, nee. Nichts. Können wir den noch ein bisschen einfach ausbrennen. Berek. Sollt ihr aufrund? Nee. Ja, ich habe mich reparieren müssen. Alles klar, ich fahre jetzt auch zur 2 Millionen, will er mich da reparieren? Ja, habe ich gerade. Wir fahren Autobahn runter. Äh, bemittlerer Kreisel. Falsche Seite noch? Ach nein. Falsche Seite möchte auf die richtige wachsen. Nein, möchte er nicht. Fährt immer noch falsche. Fährt immer noch falsche. Fährt die richtige? Wichtige, seid ihr am Kreisel vorbei? Oh, ist gegostet schon. Seid ihr schon mittlerer oder was? Ja, mittlerer Kreisel durch, fährt falsche Seite, Autobahn weiter in Richtung Norden. Süden. 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 Setze mal einen Pöller an der Seite hier. Zum Beispiel. Ja, das Problem ist, ihr sitzt zumindest bei mir ein bisschen. Du weißt nicht, wie es bei mir ist. Ja, Tito. Mhm. Kommi ist gerade ein Passant gespawnt, geil. Ähm. Ja, hat die Kontrolle verloren. Gegen Bauch. Da konnte ich mich jetzt nochmal reparieren, ey, Audi. Äh. Seid ihr? Wer hat in den Norden, 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 Norden? Ne, doch. Silvio. Ah, der, äh, umgedreht war was? Ja. Ja. Höhe. Äh, ich warte mittlerer. Blitzer. Blitzer. Seid ihr gerade zwischen Blitzer und mittlerer Kreisel. Alles klar. Mittlerer Kreisel. Oh, genau da. Ja. Oh, nee. Nein. Gleich mittlerer Kreisel, da vorne ist Kopf. Achtung, der wird sich ja vielleicht versuchen zu reparieren. Sorry. Ja, gut, wir drücken den hier hoch. Ja. Wo seid ihr? Äh, immer noch mittlerer Kreisel? Ja, der Wettler oder dem Kreisel. Komm entgegen. So, dann setze ich mich schon mal zum Haus zurück. Okay, dann fang ich mich feststellen. Uff. Uff. Alter, Leute! Ey, was? 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 Autobahn Süden ist nicht schnell. Was? Autobahn Richtung Süden wieder? Ja. 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 Und ich kann nicht dranbleiben, wenn mir Cayenne vorne draufgehackt ist. Dann bin ich kaputt. Ich muss mich jetzt reparieren. Jochi, was fährst du? RS6. Ich komme entgegen. Autobahn Richtung Norden. Äh, Autobahn Richtung Süden. Ich komme ins Gegend. Also, ich sehe den halt nicht. So, du warst der Flugplatz runter. Äh, ist nicht Flugplatz runter, der Flugplatz vorbei. Er ist schon vorbei? Ach, scheiße. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Was wird knapp? War irgendwas unter 300. War irgendwas unter 300? Okay. Äh, richtige Fahrbahn übrigens. Seine Gleitschern-Tunnel? Äh, ich brauche den Stand aus. Äh, ich glaube, ich fahre über Bauernstraße weiter oder so. Nein, er fährt ab. In welche Richtung? Äh... Oh, fuck man. Versuch, dass er links abbiegt. Äh... Link ausgesehen. Fährt auf die Brücke. Scheiße. Bedeutet rechts. Richtung? Fährt... Fährt... Ähm... Wer ist die Straße? Äh... Nee. Kranich. Richtung Sch... Kranich ist das hier. Wir biegen jetzt gleich auf Kranich ab und fahren in Windpark. Wo? Okay, dann fahre ich hier mal in Windpark. Ja, es ist. Fahr nur einen kleinen Cayenne. Ähm, Cayenne Straßensperre, ist das möglich? Nope, wir sind dran. Also ich bin's dran, macht gar keinen Sinn. Okay. Wir müssen jetzt nur... Äh... Fährt... ...Hoben... ...Matkirkers. Ah, doch, ich bin immer drauf. Wo? Matkirkers. Nico, ich kann ihn noch ausbremsen, was du ihm dann... Ah, ich kann auch ausbremsen. Du bremst ihn einfach aus. Du hast den Frontmotor. Alter... Also ich fahrt nördlicher Offroadpark dann. Ja, wir sind... ...Matkirkers. Er... Er wendet. Er wendet. Nee. Er fährt weiter Richtung Fluss. Und ehrlich, ich weiß was, hier ist Tiefschnee, wir sitzen jetzt fest. Richtung Fluss. Ja, dann schweig. Ich... Ja. Es sind jetzt... Über... Oder es sind jetzt auf Höhe... ...L... ...Dirt Park. Ja, hier ist oben im Drift. In der Driftzone. Nördlich. Macht keinen Gas. In der Driftzone. Oh Gott. Hat er falsch. Ja, nördlich davon ist doch die Driftzone. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wir sind jetzt... Wir sind jetzt durch und fahren jetzt Richtung östliche Staudammstraße. Also Seestraße. Weiter Richtung... Achtung! Fluss, was auch immer. Flussstraße, denk ich mal, ja. Also... Kein Spoiler mehr. Lass ihn zurück. Ich bin Richtung Hauptverbindungskreuzung jetzt. Mhh ... ...nicht wirklich. Ja, der Rollstuhl am Auto hier da ist. Ich mach hier eine Straße, ich mach hier eine Straße. Mh, ich mach hier eine Straße, stimm. Äh, lass ihn durch die Blitzerzone fahren. Nein, das sind Steine. Scheiße, ich... Alle hinterher zum Feststellen oder... Er ist da... Lass... Jetzt Flussstraße? Während die Autos stehen. Ja und lass den. Also hinterher zurücklassen oder feststellen. Ich hab uns auch geschoben. oder ich habe ihn festgesetzt ist er fest? ja, sein Hinterreifen sind in der Luft scheiße ich wollte eigentlich nur nett sein und wieder hochschieben Schöni, den schnelleren Lambo oder für eine Overwatch weniger, wie hätten sie es? äh ich habe gerade nichts mitbekommen schnelleren Lambo, wenn wir noch mehr Overwatch gemacht haben ja hallo ich wollte eigentlich auch welchen Lambo darf ich? äh, den schnellen darfst du nehmen ähm, schön, ich würde sagen, dass wir ganz viel Zeit verlieren äh, ich übernehme nochmal ganz kurz ähm, Justin, machst du Overwatch? äh, lasst erstmal Leute ein bisschen zurückkommen lass mich ganz kurz den Lambo also, fad mal zu euren Punkten zurück dann statt mit deiner Overwatch äh, ich der, das ist der Lambo mit äh, ich meine 9.30 9.30, okay, dann muss ich nochmal das andere äh, wo ist denn hier das nächste Haus eigentlich vom Wald aus? mittlerer, mittlerer Kreis und tun das alles hmhmhmhmhmhm ich will ja schnell noch einen Laden wo soll ich mal zu Beilands zurück? äh, das ist doch Strecke jetzt so, der andere Porsche war, oder war noch ein zweiter Porsche, oder? ja, 997 in, äh, Red Bull Design das ist... red bull Design ja, wo soll ich hin? ja, wo soll ich hin?! auf Verbindungskreuzung, wo wollt ihr mich haben? auf Verbindungskreuzung, wie ihr wollt... oder wo wollt ihr ihn vielleicht einfach blecken... 变 pas bullet- autobahn nun ich bin welcher mit dem Kabel Decke bei den Händen Tümpel ist noch jemand sehr weit von seinem Punkt entfernt ja der Genensee und eben festen Sonsten wenn es nur einer Zeit und und würde ich trotzdem tatsächlich starten wir haben auch die nach oben 2 Sekunden und dann starte ich. Ja. Ich bin jetzt bei Fehlermänner am Ende. Alles klar. Dann, Justin, sag mal. An. Wohin? Ähm, einen Moment. Äh, Highlands. Highlands? Scheiße! Äh, Richtung, äh, Autobahn? Richtung T-Kreuzung. Richtung? T-Kreuzung. Das bedeutet, da kommt auf der Seite vom nördlichen Kreislauf. Ah, okay. Ja, dann bin ich ja gleich da. Ja, warte mal. Dann bin ich ja gleich da. Ich bin ja auch gleich da. Wie gesagt, also, ich bin heute fest überzeugen, dass das nur ein, äh, also zwei Runden werden, weil... Ich hab das einfach schon gejinxt vor der Aufnahme. Ist die jetzt an der Brücke? Welche? Richtung nördlicher, das? Äh, ja, komm, kommt der bei Güterbahnhofstraße näher nördlicher raus. Ich warte hier mal. Äh, Falk, der kommt auf dich zugefahren. Ja, ja, ich warte hier mal. Ach so, der ist noch gar nicht oben. Nein. Äh, die Brücke, du... Pass auf, wo du hin musst? Ja, ich seh ihn. Er fährt Richtung Autobahn. Er fährt Richtung nördlicher Kreisel. Perfekt kommen entgegen. Der Schöne kommt entgegen. Er fährt immer noch weiter. Ihr müsst vielleicht von hinten drauf. Allwannes in Süden. Schöne, dass du ein Frontal vielleicht schreibst. Nein. Er hat ein Passant mitgenommen. Schöne. Er fährt Autobahn südlich runter. Er fährt auch vorbei. Er fährt Autobahn weiter nach Richtung Süden. Äh, ich komm von Uhrfahrten entgegen. Soll ich Tempo aufnehmen oder draufhalten? Äh, draufhalten. Äh, oh ne, nehmen Tempo auf. Wir sind jetzt in der Kurve. Jetzt Blitzer. Blitzer. Äh, genau. Jetzt Blitzer. Ich kann ein bisschen callen. Ich hab noch ne Minute. Äh, jetzt Flugplatzauffahrten. Ja, fährt ab. Fährt die Flugplatzauffahrten hoch. Äh, fährt in Richtung Strand. Also, fährt die Hauptverbindungsstraße da weiter. Ja, fährt Richtung Strand. Südliche Flugplatz. Also bin ich richtig. Das bedeutet jetzt unten am Flugplatz vorbei. Wow. Auli, du lächst ein bisschen. Ja. Ja, ich hab mich falsch gepackt und röt. Zu hoffen Hühnern. Ja, war ich zu langsam. Ha, 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 ha. Gar nicht. Ich hab mich ausgesinnt. Jetzt sind der einen Kurve. Ja, jetzt Warnschienen gleich bei der kleinen Farm. Warnschienen durch. In die Häuser. Nö. Nö. Nix. Und der fährt Bamberg und ich muss raus. Ja. Ich bin dran. Ajo, dann komm mal weiter. Hat noch nix, hat noch nix. Hat sich überdreht. Bär in Richtung Süden. Strandstrasse Richtung Süden. Komm mich entgegen. Hat aber schon Schlagnett bekommen. Ist relativ langsam, Leute. Ja. Hat er schon einige gezogen, ne? Also, Heckfrei, Heckfrei, Heckfrei. Ja. Müssen wir nur schauen, dass er... Wo genau seid ihr? Ist am Strand. Ist am Strand. Scheint umzudringen. Von den Bember. Langsam ran. Nicht zu... Ah, ich glaub, er wird Strandhütter reparieren. Aber er weiß aber nicht, dass er eigentlich gesperrt ist. Echt, ist er? Ja. Strandhütter ist gesperrt. Das ist Cop. Oh. Auch nicht als Cop? Äh... Eigentlich nicht. Ne, egal. Haben wir heute den Ausnamen halt. Ne, egal. Ich hab gerade... Der Frau hat ihn ruhig rein. Wo ist er denn? Ja, dann repariert er sich jetzt auch. Das ist... Ja. Er hat sich beim... Was ist das? Audi. Ach, Castle, meint ihr? Ich stell mich mal mitten auf der Straße. Komm. Komm. Hey, das ist der SLS. Komm. Lass den raus. Lass den raus. Lass den raus. Wir bauen jetzt den Mauer. Nein. Lass den raus. Ja, Lambo und Präsident, bitte frei halten. Komm. Fährt Süden. Oh, ja. Lass ihn mal zurück. Lass ihn raus. Lass ihn raus. Ja, fährt andere Richtung. Okay. Fährt Richtung Stadt. Fährt Richtung Norden. Dann. Bamberg jetzt drinnen. Fährt die Rundstrecke. Dann. Ja, ich bin auf der anderen Seite von der Rundstrecke. Ich glaube nochmal zurück. Und fährt südliche Flugplatzstraße. Also nicht Rundstrecke. Habe ich irgendeinen Schaden? Nee. Nee, habe ich nicht. Ist jetzt bei der kleinen Farm, fährt Flugplatz südlich weiter. Achtung, Jungs. Da war ein bisschen knapp. Ist jetzt in der kleinen Kurve. Ich sag, er sagt Autobahn. Jetzt südlich Flughafen. Genau. Okay. Jetzt in der Kurve vor der Kreuzung. Fährt die Kreuzung Richtung. Ich schätze mal Autobahn. Ja. Deutet Richtung Autobahn. Fährt Hauptverbindungsstraße weiter. Fährt Hauptverbindungsstraße. Gue links ab auf Boomerang. Voll durch. Mach ich sag mit der Tür. Bught. Sorry Yoshi Bumarang bei dieser kleinen Rundstrecke Bumarang weiter runter Der kommt beim Karrierenstartpunkt raus Beziehungsweise Windparkstraße in der langen Gerade Windparkstraße Dimm, dem, 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 dem Ich bin der Ich bin der Lass sich gut fahren Ja Jens, wie sieht's aus? Seid ihr dran? Oder seid ihr weg? Ja, wir sind dran Ich bin dran Gut Fahr'n Richtung Strand Fahr'n Richtung Strand Geradeaus Und fahr' südlich Nein nein nein! Äh ne, wie heißt sie? Fährt Richtung Espenmoor Biegt Richtung Espenmoor Na! Seid ihr im Rechtsdingsknick? Nein, noch ganz weit davor Wacht! Machen diese Autos hier Ist er hier abgefahren? Oh lol Uiuiuiui Aua Das war stark, das haben wir hier jetzt anzugrechnet Der Rückstrecke Espenmoor Wir sind jetzt gleich, bzw. fahren in die Richtung Seid ihr noch ganz weit weg Oh! Ein bisschen Hack frei Falsche Hack Ja Karrieren, was ist mit deinem Karrieren los? Was? Was ist mit deinem Karrieren los? Wieso? Weil der so langsam ist Er fährt weiter Ja, ich hab schon 500% Motor Okay, ich hab 16 Heute nicht erstmoor Jo, Jungs dann passt auf Links kommen dann gleich die Karrieren in der Rechtskurve Sind schon relativ alt Links Kurve Sind jetzt gleich in der Rechtskurve Rechtskurve Uuuu, ich kann es nicht bevor Liegt ab Gleich in diesen In der U-Kurve Ist U-Kurve Boah, Alter war das knapp Oh Gott Oh Gott Da fliegen zwei Cayennes durch den Wald Oh, sorry Ist jetzt gleich in der Kreuzung und fährt In... Nein, fährt geradeaus weiter Und fährt in Dirt Nein Nein, fährt Flussstraße West hoch Nein, fährt Flussstraße West hoch Nein, was macht er? Wendet Ja Cayenne, danke Bitte Er fährt Flussstraße West hoch Äh, darf ich mich Kingfisher Cottage reparieren? Nope Nein Naja, nebenbei, der hat noch einen Reparaturpunkt, ne? Oder? Er hat noch einen Reparaturpunkt Rechts in der Fluss rein Ja, scheiße, ich bringe Nord hoch Nee, bringt nichts Ey, wir können rechts rein, die Gäste in der Fluss Ja, das habe ich jetzt auch vorgeschlagen Hopp In die Bäume oder in den Fluss Ja, genau Fluss, Fluss Fluss Ah, du fasst Wow, Justin Ach so, Hex frei, Hex frei, Hex frei, Hex frei Hex frei Ja Ich hab den Fall schon in den Fluss versenkt Oh Gott, wir sind Steine Lass den zurück Ach, ja, ne, ne Oh, ich war zu langsam Lass den zurück Lass den zurück Äh, die Jungs, komm jetzt, komm jetzt, Justin, wir haben ein Haus zu Nein Ach Geht aber rein nicht Geht aber rein nicht Haus zu, kommt Ja, geht aber rein nicht Da oben sehe ich da einen Audi, die eben die Länder angreift, hm? Ja, mal weg Der fährt zurück Der fährt zurück Der fährt zurück in der Flussstraße runter, Flussstraße West Egal, ich rippe eh mich BAM Machen wir ganz kurz darüber Nachricht der Aufroadpark Wo fährt er lang? Nördlicher Aufroadpark in die Richtung Ers Ey, Flussstraße Osthoch Genau Osthoch Ja Also Richtung Nord Was? Ja, Richtung Hauptverbindungskreuz Alter, was ist das jetzt in der Friernung von der Flotte Mercedes? Das ist der SLS, der in dem BMW ersetzt Nein, das ist nicht der SLS Was? Grau und rote Mercedes, oh Leute, ich bin genau auf der einen Seite Danke Hallo Ich fand das schwierig war Ja, ne, ich kann einfach rüberspringen Ich kann einfach rüberspringen Ich bin gleich dritte Wolke, hm Ja, oh nicht so da mal schicken Ich bin jetzt gleich auf Verbindungskreuz Dein Arsch gehört mir Oh, mach langsam Fährt aber gerade aus Wum 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 Ja, wir stehen unter der Brücke Mit Passanten Lass ihn mal gerade ausfahren Ja, nicht leicht rein Genau Boah, Alter Ich hab wen getroffen Er ruft Alter Naja, dann würde ich sagen, da die Runde ja nicht für geschlagen war Sehen wir uns dann im kurzen Cut wieder Bis gleich So, da sind wir jetzt in der zweiten Runde Justin ist unser Racer jetzt diesmal Und Alpine und ich waren trotzdem noch weiter Die Cayennes, weil das war super geil Eben mit der Brücke Und das wollen wir fortsetzen Deswegen dann, Schöne, gib mal ein Schätzsignal Dass Justin Michelle weiß und bloß da kann Es ist so ein geiles Produkt Wo ist er? Ich hab einen Thermer Ein grauer 600LT Oben bei SRS Fährt in Richtung Ähm Oh, fuck yes Stauseestraße 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 Über die Blitzerzone Ich fahr mit dem Labo bei die Drift Club Oh Gott Ich guck mal, dass ich den Kameran in die Richtung bewegt kriege Parkgibber Ich fahr mal Richtung Flussstraße Stauseestraße Wer muss SRS oben starten SRS, ja, also Kreuzung An einem Ende Wo die zwei Blitzerzonen sind Wo du direkt hintereinander fahren kannst Die rauer ist 600LT Achso, wegen Zeit, wie lang haben wir? 25 Minuten Ich hab einen Timer Äh, dürfen wir jetzt losfahren? Oder wie sieht's aus? Oh, du darfst schon seit 30 Sekunden Schon seit Stadt, oder nicht? Ne, ne Der Prezi muss immer 30 Sekunden warten Achso, ja, wir haben dann noch Zwei Oh, jetzt ist frei Ja Weil wir spielen jetzt noch so weiter Ja, nee, wir spielen schon so weiter Und, beziehungsweise wir haben Drei, wenn jetzt hart zu viel für die Zeit Puh Das war knapp Zwei sind schon okay Nach drei Minuten darf ich die setzen, oder? Ja, äh, ich weiß nicht, ob Scheni direkt sagt, dass wir ihn setzen sollen Aber, denke ich schon Auf jeden Fall gehe ich mich jetzt erstmal wieder reparieren Ich kämpfe mich dichter Soll ich Broadway bleiben oder noch? Sicht halt nicht, doch, ne? Hat den jetzt wer gesehen? Broadway nicht Nein, wir hatten keinen Sichtkontakt Nein Ich stell mich einfach mal unten Der haben eine Sichtkontakt Ich fahr jetzt über den Flutstraße runter Ihr müsst immer sich hinterlassen Ampels hat, dass er gesichtet wurden, oder wie? Was? Nein Nein, immer noch keinen Sichtkontakt Äh, ist das ein Cop, oder fährt er da gerade? Das ist ein Cop Okay Wie, ja Scheni, was hältst du davon? Nein Nein Ja, mach mal Wow Wow Ähm, da war ein Audi Wie lange haben wir denn schon rum? Wir haben zwei Minuten 15 Uhr Welcher Cop ist dann an mir vorbeigedonnen? Hast du noch 40 Sekunden jetzt? Also, falls du mein Labo meinst, war ich ja Ja Ja, hi War aber schön knapp Ja Boah Aber von da ist er dann auch nicht mehr gekommen Dann dreh ich wieder um Und ich fahr dann mal wieder hoch Ich geh mich mal auf unsere Lieblingsbrücke Ach, der kann jetzt wieder x2 hoch sein, ey Ne, das ist ein SLS Ne, das ist ein SLS Der E hat mich Wir treffen Ich fahr zum Strang zurück Haben wir die 3 Minuten? Jetzt hätten wir die 3 Minuten Ja, dann würde ich behaupten Schöne Schimpinere 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 Oh, let's go Sind wir Hey Gezündet bei 21 Minuten 50 über So, wir suchen Justin, oder? Ja, genau Wo ist denn der, wo ist denn der? Ähm Sehen nur grüne Punkte, warte mal, wo ist denn der? Alle Cops bleiben mal stehen Ah, er fährt grad die Kängurustraße Von Stadt auswärts Richtung Speed Champion Das heißt Schöne einfach umdrehen Okay, dann fahr ich wieder um Von der Stadt aus Also, Richtung Mutterzeug Ja, gleich PXA Startpunkt Ja, PXA Startpunkt Ich schon? Gleich So Ja, dann bin ich ja auch gleich, oder? Er knallt davon durch Er kommt Richtung Schöne Also ist jetzt PXA Startpunkt Fährt weiter Richtung Westen Schöne hinter dir Jo Ist er Richtung Westen? Osten Er fährt auf die PXA Test Strecke Richtig rum Schön die umdrehen Richtig rum Genau Zu Nico, bleib am besten Ich kann dir auch gleich sagen, ob du links oder rechts fährst Er fährt bei dem Dreieck die Straße, wo nicht drin ist Also, ja Links Nico Südlich PXA Test Strecke Südlich? Hä? Ja, südlich Er hat einfach durch Da gibt's dieses große Dreieck Wo nicht Ja Wo zwei Straßen trittst du Nee, er ist die Straße gefahren, wo nicht drin ist Also südliche Straße davon Er fährt jetzt Richtung Blitzerzone Oder Nee, Richtung Driftzone ist das Im Wald Er sieht so aus, als würde er drauf bleiben Ja, er bleibt drauf Fährt Richtung Alpin Gecko Also Richtung Drift Club Straße Da auf der Wasserloch Straße Ja, Wasserloch ist das Alpin 3 Ja, er ist abgeflogen glaube ich Ja, in mir kann ich wieder rein Wo ist er denn? Dreh da hin 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 Wieso fährst du mir das Auto? Ich hab dich nicht gesehen! Es ist PX-Teststrecke, weiter, ich warte mal noch die Kreuzungen ab, dann würde ich rausgehen sogar schon Ich hab jetzt 25% Schaden, dann wurde ich voll auf der PX-Teststrecke Er biegt rechts ab, als er fährt PX-Teststrecke... rechts herum Also gleich bei den zwei Häusern, wo ich verliert war Ja, Alpin, und? Na, da ist ein Haus Ach nein, das ist im Kamin Ich bin schon voll die Panik, ich denke Poker mal! Ja, ja Ja Falsch gepuckert Jawohl, er fährt PX-Teststrecke wieder Richtung Süd-Teststrecke Jetzt richtig Genau, Richtung Bermuda-Dreieck Ja Mehr oder weniger Jetzt Bermuda-Dreieck-Kreuzungen, er bleibt drauf Er komplett südlich Richtung Drift-Klubstraße, ich würde jetzt aber auch auflösen, oder? Jo Können wir versuchen, dass er links abbiegt? Ja Ich bin dran, ja Nico, wenn er links abbiegt, dann brücke ich wieder Er fährt weiter in... ne, da darf ich ja nicht lang Boom! Geradeaus hoch, oder was? Ja, er fährt geradeaus hoch, ich darf da leider nicht hinterher Darf ich aber mal ordentlich transporten Ja, das port ist hoch Wow! Ist er genau auf der Straße? Da warte ich einfach mal hier draußen, dass er... Da darf ich hinterher... Ist... Jetzt oben... Im Parkstraße, Wald ist das... Scheiße! Ich hab mich ja gerade heute... Ja, ist gut Darf ich auch schon mit reinfahren, ja? Ja, fahren jetzt hoch Blumenhügel Als Lammu, ja Also Lammu darf ich auch, wenn du dran bist Wow! Ja, hallo, Audi oder so... Der ist schneller als ich Ja, ich geb schon Gas Wo fährt er denn? Welche Straße? Fahr rechts rein Er fährt rechts hoch, Richtung Windpark Bleibt auf der Windparkstraße, oder fährt auf die Blumenhügelstraße? Blumenhügel Schmeiß den Anker rum Da ist er Nein! Nicht die Kurve! Er dreht wieder Kommt jetzt zu dem, da wo der Offroadweg aufmündet Ist mit dem gesprungen Oh, leil Wo will der hin? Ja, klar Nicht gleich für den Offroad an, nee Er fährt wieder zurück, Hauptverbindungsstraße Alter, 42% Motor Ne, ich hab nur... Ich hab mehr Ja, ja Hallo, Schöneinheiten, bitte? Du, ich hab genau Der Eingang hier auch ganz schön steht, Mann Ja Ist durch Wir sind jetzt an der Kreuzung Wir fährt auf die Kreuzung zu Fährt ihr auch durch Richtung... Ich fahr links Äh, Östlicht Äh, Schraußensperre am Ende? Jo, Schraußensperre am Ende Wenn ihr jetzt bei der Call wo er ist Jo Macht das Ja, 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 gut Braucht den Call, wo er ist Ich muss mich halt kurz konzentrieren Ich kann's hier gleich callen Äh, Hauptverbindungsstraße, Seeseite Ey, lass uns schon noch nicht schick hochstellen Hier Ah, dann reparier ich mich Ja Wir kommen jetzt auf die Straße aus Nee, schon nicht Komm, 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 komm Da komm mal Fahr die Richtung Nord oder Richtung Süd Jo, hat uns getoucht, Fahr Wir fahren Fährt Richtung Süden So kann man sich auch reparieren Fährt weiter Richtung Süden Ja, war perfekt Hast du sie schon geschickt? Also wird zwangsläufig unten in äh Dann wird es halt rauskommen Anfang Nein, danke ich nicht, 30% nur im Gehäuse Da war das eng Ja, von Tal, was ist das also Buh Von Tal bringt jetzt auch nicht ganz zu viel Dreht um Wo ist er denn? Dreht um Ja Verpasst Ja Wir treffen natürlich gegen Camaro Seestraße aus Richtung Norden Ja Oh, ist hier stehen, pass' an Jetzt über der Brücke Ist Ja Hauptverbindungsstraße Nein Oh nein Ab da hab ich äh Ab hier ist der Schnee nicht mehr Audi fahr vorbei Ja, ich komm nicht so schnell Du bist auch noch nicht so schnell Ja, 25% Wieso bin ich vorne? Verdammt Nein Wir seh ihn nicht Also ist auf der Hauptverbindungsstraße Hat ein bisschen die Mauer mitgenommen Nochmal Ist jetzt gut ausgebremst Du doch Ja, der Audi ist nicht mehr so Nehmen ihn Ganz hoch, wie er sein sollte Aber das ist ja halt so Ja, auch nicht genau Ich bin froh, dass der grad gelohnt ist Jetzt merken wir meinen Schaden Ich bin froh Ich hab weiter Hauptverbindungsstraße Ich bin nicht froh, dass der gesport ist Ich hab ein Portal im Arsch Ja Hauptverbindungsstraße Ja Huuu Mal komm runter, ey Ich hab noch Hauptverbindungsstraße Welche Höhe? Ey, jetzt gleich bei... Wir haben ein Abzeug zum Blumenhügel Okay Hör mich nie Wie soll ich denn hierher kommen? Fährt aber weiter die Hauptverbindungsstraße Fährt aber weiter die Hauptverbindungsstraße Fährt aber weiter die Hauptverbindungsstraße Ja, das ist die Frage Kommen wir vorne hin? Na ja, kommen wir nicht Boah, Alter Könnt ja gleich mal ein Boost-Knopf Ich hab grad das Eliminator-Ding aufgeploppt Bremst Offroad fahren Ja, fährt Offroad Ich... Nach Süden oder nach Norden? Äh, hier sehen wir am Besten Oh mein Hübel Also, jetzt geht der Richtung für den Blumenhügel Hör mich Und Blumenhügel-Ferder Es endet wieder OOOH Der Hund Also, auf dem Blumenhügel Den Nüssen wir da nix Drück auf die Schreie Ich weiß grad nicht die Straße Es kann jemand Aufwärmdung Aufwärmdung Richtung Autobahn Na ja Aufwärmdung Oh fuck ey, ich konnte nicht mehr raus Was ist denn hier los? Aufwärmdung ist der Gebiet, man Kann nicht sein hier Kann man Treffer landen Warte Bin jetzt gleich Wie wäre es denn so? Falsche Richtung Audi Urgh Was ist... Hahaha Warte, hab ich grad gesagt, der dreht um? Ne Ja, der war schon Offroad Offroad wie? Ach Offroad Äh, er fährt Autobahn Richtung Süden Süden Er wendet wieder auf der Autofahrt Und fährt Hauptverbindungsstraßen zurück Fährt Hauptverbindungsstraßen zurück Oh ja, ich renne mich jetzt rum Ja, ich renne mich jetzt rum Okay, Luca Fährt Boomerang Ich glaub, Luca ist grad auch verraten Boomerang Er fährt dann halt links da, ne? An der Audi ja noch hinter mir Warte, jetzt Boomerang ist das Boomerang? In Richtung... Äh... Vorraton... Du? Komm ich entgegen Nee, oder? Der wird ein Boomerang, also hast du hier Ja Dann kommt er doch Und... Er fährt Boomerang weiter Richtung Ja, Boomerang Ja, ich bin, äh... Kommt doch schon durch Ja, ja, alles gut, ich bin der Edeer Wofür sind eigentlich unsere ganzen Cops hinten? Oh Mann Ja, was sind wir hier? Was ist steig? Die kommen immer in Fliegen, aber treffende Niveau Wo seid ihr? Boomerang Äh, jetzt am letzten Knick von Boomerang Und fahren jetzt gleich auf Flugplatz auf... Äh, auf... Windpark Wir sind jetzt auf der Windparkstraße Und fahren Richtung... Äh... Autobahn... Überweg Ja Fährt hier auch... Weiter... Über die Kreuze Mh... Cuttet ein bisschen Darf ich den nochmal übernehmen? Äh... Wir fahren über die Autobahn drüber Beim Windpark Scheiße Ah ne, hier geht's ja links ran Aber ich war wieder zurück zur Straße Seid ihr schon über die Autobahn drüber? Ja Ja Niko, darf ich den Lambo übernehmen? Ähm... Ne, eigentlich nicht Wo überst du überhaupt? Ich hab dich erst ausgetimt Wahrscheinlich in der Halt weg oder so Ahhhh... Er fällt Offroad Ja Er hat sich Konrad dafür müssen sich reparieren, noch? Ne, angezogen, strechen wir wieder zurück Oder er fällt doch den anderen Offroad weg Okay Hä, wo ist er jetzt? Oder Serpentin Das sind so Serpentinen mit einer Blitzstation da drin Also die unteren Offroad Meine Fresse hasse ich 1 und 1 Ich bräuchte den Eider Du fährst weiter Wenn der nicht dran ist Bitte vermute sich der Ding reparieren Überall, na? Und der ist wieder zum Windpark hoch Bitte Ich bräuchte Ich bräuchte Respawn-Koordinaten Äh... ... ... ... ... ... Oh, sorry Ich... Du hast das auf mich abgesehen ... Oh ich... ... Ach, dann. Danke, Frau. Wo, 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 wo? Der hat wieder über die Autobahn. Also, wie es war, kann es eigentlich ja übrigens überall, wo du hinfährst. Ja. Aber wo ist die aktuelle Verfolgung? Ähm, jetzt auch wieder Autobahn. Wir überqueren jetzt die Autobahn. In Parkstraße. Windschatten, Windschatten. Windschatten, Windschatten. An welcher Stelle Autobahnüberkehrung? Ja, wow, der S6 habe ich erstmal richtig Windschatten gemacht. Turbel, Turbel übergenommen. Ja, also, ich hab schon das falsch gemacht. Wir haben es abgehört. Und? Da? Ja, dann. Der Sokrat hat doch auch ein bisschen Katten. Na? Weil er die Boomerang? Äh, ich weiß nicht, wie er fährt schon total zu den Urauffahren. Ich weiß nicht, ob er auch Urauffahren fährt. Nein, fährt er nicht. Fährt über die Autoren. Kann man auch so scheiße dran zu bleiben. Ich hab jetzt... Wir sind jetzt... Er biegt rechts in den... Es ist... Nee. Jetzt kommt wieder raus. Gemerkt, fährt wieder zurück über die Autobahn. Bei den Tunnel-Auffahrten, oder? Ja, oben von den Tunnel-Auffahrten diese Brücke. Ja, ja. Das weiß ich nicht. Warum hab ich nicht gerade in die... Ah, ne. Mann! Fall mir doch immer nicht vor die Karre, Mann! Wir fahren wieder Richtung... Wind... Windpark... Straße. Wasser. Könnte positiv werden. Kremst ab, um abzulegen wahrscheinlich. Fährt Boomerang. Ah... Nope, du fährst mal da hoch jetzt. Boomerang? Doch nicht, äh... Komm ich entgegen, Boomerang. Fertee nicht! Ja, er fährt Boomerang. Aber jetzt er kann die Windpark-Raser noch nicht in Boomerang. Nein! Ah... Er fährt Boomerang. Richtung Norden. Ja! Niko hat mir mehr Schaden zugefügt als dem Racer besser. Schieße bitte in Control! Kann gut sein! Niko, wieviel Schaden hast du? 20. 68. Bitte was? Ja! Wollt ihr keine Straßensperre machen? Ja, wo? Äh... Er fährt durch, also unten an der Kreuzung. Ja, dann komm jetzt. Kreuzung unten. Krieg nicht dazu. Bist du schon da? Ich steh unten Boomerang kreuzung. Ja, ist jetzt gleich Flugplatz aufwarten. Gell? Ja. Das hat gerade zu gereicht. Ja, Treffer! Fährt durch. Wohin? Äh... Das... Ach, ich schaff ja gar nicht. Deine Bauernstraße. Genau. Boomerang. Unser Gebiet. Aien, komm. Abkürzen. Da war ein Audi. Leute, na? Andere Richtung? Leicht? Ja, ich repare mich dran. Boomerang hat aber ein Hubbel. Äh... Ich glaube, ich kann das aber auch. Ich hab in die Haus... so ins Haus geschossen mit der Seite. Es sollte nochmal Schaden geben haben. Bei mir hast du ihn nicht probiert. Wo ist er? Wo ist er? Weiter vor! Gleich Richtung fellow Männer. Jetzt kreuzte er die Zugstrecke. Wo ist er? Fellow Männers Zugstern? Fährt dann gerade aus, oder? Ja, er fährt fellow Männer. Hey, du könntest zustellen, wenn ihr euch da habt. Ich bin müde. Ich stehe schon. Ich stehe auch. Ich stehe auch. Ich fahr's nicht. Da darf sich nur eigentlich SS oder Lambo hinfahren. Wo? Der Kamera darf sich hier gar nicht reporten. Ja, doch, wenn du hinfährst. Ja, der report hat's. Wollt sich hinporten. Hab ich gehört. Hauptsache, wir noch mal hinten reinhauen, ne? Dass ich Schaden hab. Danke. Ich werde ganz viel von mir den Session Racer nicht fahren. Nee, nicht mir. Nein! Kann ich nicht im Weg stehen. Wo seid ihr? Sagt, das ist ein NPC. Das wäre hilfreicher gewesen. Mittlerer Autobahnkreisel, oder? Er biegt. Drift Clubstraße ab. Danke. Okay. Ich hab's auch schon weit. Ja, Mensch. Weg den Dirt. Weg den Offroadweg ab. Oh, Offroad, okay. Aufroadweg. Er dreht um, er dreht um. Alle jetzt reinhauen. Sie sind sowieso wie rum. Alle reinhauen. Hattet da aber ganz schön hart. Noch nicht? Nene, ich hab ihn nach unten geschossen. Schon gut. Ja, aber er weicht komplett Offroad aus. Ja, ich hab ihn nach unten geschossen. Das war schon richtig. Jetzt kreien da. Holt klar? Ne, nicht kreien. Lambo. Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Wo fahrt ihr hin? Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Da stehen, da stehen noch welche, oder? Ne, ihm steht keiner. Ne, ihm steht keiner. Ich fahr mich an vor. Ich fahr mich an vor. Hier wäre wieder Schaden. Oh, sorry. Oder zurück ihn leicht ab. Nicht so schlimm. Er ist grad kein Baum, der irgendwas bringen würde. Nein, er hat sich vor. Wenn einer noch vorfährt, dann kann er sich nicht vorführen. Ja, das reicht nicht. Ey, er wurde rausgeschrubt. Wurde rausgeschrubt. Jetzt einer nach. Wir müssen nicht alle hier reinfahren, sondern ihm. Einer stellt sich, dann kann er sich nicht zerreparieren. Sorry, sie Da müssen die reparieren. Jetzt festzusetzen, oder? Ja, 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 ja. Was? Wo ist er? Wo ist er? Eigentlich kein. Ich glaub, der hat sich repariert. Ja, eigentlich musst du Front an Front stehen, aber... Nein, musst du nicht. Das war zu. Nein, da gibt's keine Regel. Ja. Und dann hackt das auch. Können wir uns da auch reparieren, oder? Ja. Es ist Ende. Nein, es ist vorbei. Es ist reingegangen. Es sah ziemlich gut aus wie der R6 vorne steht und der zweite Camaro hinten drauf geschossen. Einfach scheißegal, nicht bremsen, Hauptsache zu. Ja, 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 doch. Zu war zu. Oh, hab ich dann tatsächlich auch gesehen. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und hattet Spaß beim Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abo ist kostenlos bei uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.